Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Hof Mecklenburg mit dem Sachsenheitsplayer, mit dem Freezy, mit dem McManus, mit dem Ansgar von Nordrhein-TV, Play und dem Kunden. Hallo, 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 hallo. Also Werner, der hat mich gestern ein bisschen zum Weinen gebracht. Ja? Ja, ich... Freudentränen, können nur Freunden gewinnen. Ja, sicher war das Freudentränen. Ich glaube, du weißt schon Bescheid. Der Deutz wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Da guck ich immer noch so ein YouTube-Video hier mit Ohrstärms und ich sag, komm, guckst du mal ein Video von Werner. Und da kauft er da ein Deutz. Ich hab da vor, wer da rein. Aber auch ein richtig geiler Deutz, Alter. Da hab ich mir direkt auch mal runtergeladen. Er kann was, ja? Kann echt was, ja. Mein Dresch hat ein bisschen Tourette, aber ist okay. Deine auch? Oh. Ja, ist okay. Mein Dresch hat Tourette. Urizi hat auch ein bisschen Unwucht hier. Das stockt hier immer. Ja. Unwucht halt. Ähm, Tino. Das ist irgendwie ziemlich belastend gerade. Ich muss ja jetzt heute... Aber warte mal, ähm, ganz ehrlich. Ich glaube, Renny, der hat hier, weiß ich nicht, wie viele Bahnen schwarz zusammengezogen. Ich glaube, so eine Rolle, so eine unerhebliche Rolle spielt das gar nicht. Na, dann presst das weg, dann gucken wir doch, wie das funktioniert. Aber Renny zieht das mal nicht so weit zusammen. Nicht so weit zusammen. Also normalerweise kosten die hoffentlich viel Performance. Weil im Endeffekt sind sie auch nur Platz hier noch verhaufen, die Sparten. So, ich presse. Schauen wir mal, ob es besser wird. So, Guten, was würdest du sagen? Ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon Folge 3, ne? Ja. Ja, ja. Und warst du in Folge 2 eigentlich immer? Ich mach da Baustellenbericht. Genau. Du bist ja mal, Guten macht ja so ein bisschen den Bauleiter, die Bauüberwachung. Da muss ich mal Reportage abgeben hier. Ja, ähm, ich kann dir was Erfreuliches sagen, Guten. Und zwar, ich habe circa 1,5 Kilometer Kabel verlegt. In vier Tagen. Und jetzt bist du ganz durch, oder hast du noch was? Elektrik ist, ähm, zu 97% fertig, was das Kabellegen verbringt. Wird dann jetzt geputzt und so, oder? Jetzt warte ich auf meine Fensterbänke. Und wenn diese drin sind, dann wird schon verputzt. Du glaubst es nicht. Geil. Ja, also, äh, das erste OG wird schon verputzt, ja. Weil, ähm, dann die Innenwände reinkommen. Im ersten OG. Das sind ja noch keine. Wahaha. Ja, so sieht's aus. Aber ansonsten gibt's nichts weiter. Parmina-Netzwerkkabel habe ich auch schon gezogen. In jeden Raum eins, würde ich über das? Nee, 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 nee. Nee, nee. Ist ja Quark, für was denn? Weil haben ist besser brauchen. Na, keine Ahnung, aber Gäste-WC-Netzwerk. Kannst ja alles Video überwachen, ne? Ja, aber, ey, heutzutage, heutzutage gibt's ja, heutzutage hast ja WLAN-Kameras, da brauchst ja nicht mal Netze, brauchst ja, steuerst ja keine Kamera mehr mit dem Lagenkabel an. Lass mal noch Zeiten. Mhm. Ja. Nein, aber ansonsten, ja, Fernsehkabel und so weiter, das liegt auch schon alles. Die Küche hat ein Netzwerk bekommen, ähm, die... Von meiner Frau, das Büro hat ein Netzwerk bekommen, von die Kinderzimmer, aber logischerweise beide haben ein Netzwerk bekommen, äh, mein Büro hat, äh, drei Netzwerken bekommen, und, ähm, das Wohnzimmer hat ein Netzwerk bekommen, und ich weiß gar nicht, was was noch? Was noch was? Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Ja. Hast du jetzt eigentlich schon einen fixen Fertigstellungs- und Umzugstermin? Ähm, ja, also Weihnachten würden wir gerne im Haus, ähm, verbringen. Ja. Das wäre schön, ja, aber wir wissen nicht, ob wir das zeitlich schaffen, weil es ist ja jetzt doch auch schon wieder März, und, ähm, ja, die Zeit rennt halt einfach weg, ne. Ja, klar. Normal, wenn du jetzt bald putzt und so, dann ist das, glaube ich, doch durchaus... Ja gut, ich muss jetzt, ich kriege jetzt den Putz im ersten OG, und dann ist der Plan, ähm, ähm, nachdem das erste OG verputzt ist, alle Innenwände rein, dann muss, äh, die restliche Elektroinstallation den Innenwänden, die dann gestellt werden, noch reingezogen werden, dann muss die gesamte, äh, Wasser-Abwasser-Installation rein, dann muss, ähm, der Fußbodenaufbau, das heißt, Fußbodenheizung mit einem drum und dran rein, dann ist das erste OG eigentlich ganz gut, und, äh, da müssen noch die ganzen Decken abgehangen werden, und, ähm, dann muss, äh, im Erdgeschoss quasi, äh, die Decke isoliert werden, weil da ist ja die ganze, da kommt ja die Installation rein, in die Decke, deswegen muss oben das ist fertig gemacht werden, und dann kann die Decke isoliert werden, die Dampfbremse rein, dann kann unten verputzt werden, dann die Decken abgehangen, und dann unten Fußbodenaufbau mit, ähm, Fußbodenheizung, und, äh, unten kommt ja nassestrig, ja, also das ist schon, äh, aha, das ist, ja, aber hast du ja dann auch noch zwei, neun Monate, ne, ja, 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 doch neun Monate vielleicht ungefähr, ja, aber sehr, sehr straffes Programm auf jeden Fall, also das steht fest, und Außenbereich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun, und Außen muss ja das Haus auch noch verputzt werden, gut, das lasse ich nebenbei machen, davon war abgesehen, und verputzt, äh, kontaktdinger drüber, oder machst du so Putz mit, äh, ne, kommt Putz drauf, Grundputz und dann Edelputz, also, äh, ganz normal, also, ähm, Strukturputz dann, ja, und dann Ansprüche, lila, oder braun, oder, schwarz, oder, 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 was, nein, Quatsch, weiß, ich meine, ich will, ich finde an der Fassade, muss ich jetzt mal so sagen, ähm, ich meine, brauche noch ein bisschen überzeugen, ich finde an der Fassade so diverse, ähm, wie soll ich sagen, so Holzakzente, ziemlich geil, ja, weißt du, so, 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 bisschen, so, äh, dickere Balken, so, so ein paar Holzakzente einfach, oder dickere Latten, so quer, so dran, immer mit so ein bisschen Abstand dazwischen, ich weiß nicht, ähm, ob ihr wisst, wie ich das mein so ungefähr, ja, ja, und, ähm, das finde ich sehr, sehr geil, gerade, sag ich mal, zwischen den Fenstern, weil die Fenster im Erdgeschoss bei uns sind ja identisch mit den Fenstern in einem ersten OG, also, ne, ist ja eins zu eins gespiegelt quasi, und, ähm, da könnte man zwischen den Fenstern quasi so ein Holzakzent ziehen, und dann so ein bisschen dunkel streichen, weiß verputztes Haus, also, würde mir persönlich sehr gut gefallen, aber muss man natürlich schauen, ist natürlich auch eine Kostenfrage, ist nicht ganz günstig, glaube ich, ich weiß es nicht, habe ich nicht, ja, das auf jeden Fall, weil verputzen muss das so oder so, ja, aber, naja, hast du dich jetzt eigentlich da mit deinem FDTH nochmal irgendwie, äh, was erreicht? Ne, also da ist es aussichtslos, du kriegst ganz normal deinen Anschluss von der Telekom ins Haus, und dann gehe ich halt wieder zu meinem Anbieter, wo ich jetzt schon bin, die halt das, äh, Kabel, ihr eigenes Kabel bis zu diesen Verteilerkästen im Dorf gelegt haben, ne, und, ähm, ja, wäre halt weiterhin mit einer 50K-Leitung dann mich zufrieden geben müssen. Ja, gut, ist ja auch okay, ne? Ja, definitiv, die 10K hoch wären halt nur geil, wenn's da was, äh, 50K down reicht mir, das ist, äh, vollkommen okay. Wenn sie mir jetzt noch 25 hoch geben, oder was weiß ich, oder 30 hoch, dann, ähm, hätte ich eigentlich so das... 50-50. 50-50 wäre natürlich optimal, ne, wir wollen ja nicht frech werden, aber das wär, das wär'n Träumchen, ja. Schön ist auch, bei mir liegen ja immer noch die Leerrohre, also, äh, die verlegen gerade überall, machen überall die Erdarbeiten, und vor meiner Haustür stehen halt wirklich so, äh, steht so ne große, kennt man ja diese zwei Meter Durchmesser, Holz, äh, Rommel, da, genau. Rommel, genau, wo dann so orange Leerrohre drin liegen, die die an in die Straße legen, äh, schön ist auch, die haben jedes Haus fertiggekriegt, außer unseres, gut, wir sind am Ende von seiner La Kasse, ne, dann haben sie keinen Bock mehr. Nice. Irgendwann ist auch Feierabend. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, aber ein Hausheb wir noch machen können. Toto Macher muss mit dem, äh, Rohren. Was denn? Bauschau rein sprühen. Boah, das ist mies. Und dann so, wenn sie es verlegen und das Kabel... Da kann ich meine eigene Leitung noch vorstellen. Vor allem, wenn, das Geile ist, wenn sie es verlegt haben und dann das Kabel durchschieben, merkst du dann irgendwann bei der Hälfte, geht nicht weiter, was ist da los, alles wieder aufbuddeln. Auf jeden Fall hatten wir jetzt wieder Werbung von diesem Anbieter, der das halt bei uns verlegt, äh, das dann ab, ab März oder so, oder, ne, ich glaube erst ab Mai, bieten sie jetzt auch 300.000 Synchronen an, für 10 Euro mehr im Monat. 300.000 Synchronen, Alter, kannst ja, da kannst ja eins zu eins beim Aufnehmen gleich hochschieben. Ja, also, wobei das Problem... 30 MB pro Sekunde? Das sind ja wahrscheinlich eher die Google-Server, ne, würde ich mal vermuten. Ich weiß nicht, was YouTube schafft, das wäre mal interessant, ja, aber YouTube nimmt ja, was? Hochladen und drei Streams gleichzeitig machen, wäre super. Ja, oder drei Videos gleichzeitig hochladen und in vier Kasten. Aber weiß das jemand, was YouTube-Server, was die maximal abkönnen? Ich weiß, aus damaliger Zeit noch, ähm, da hatten wir, äh, hatten wir da einen, ich glaube, da hatten wir einen Gigabitl, äh, Rootserver. Das hat YouTube voll angenommen damals, das war 2012, 2011. Also, YouTube hat eigentlich, äh, sehr, ich glaube, sehr, sehr gute Kapazitäten. Ja, aber ich habe hätte eigentlich gedacht, dass die bei 100.000 oder so sagen, und über 100 MBit einfach, äh, Ende. Hm. Also, ich, so wie ich mich noch daran erinnern kann, weil ich das einfach spaßeshalber damals so gemacht hab, das, das ging, also, der hat das voll ausgeschöpft. Ist schon geil, in zwei Minuten so vier Gigabyte hochschieben. Also, ich, ich hatte jetzt auch's gerne, da müsste es ungefähr 85 Gigabyte die Stunde sein, synchron. Äh, könnte ich noch mehr haben. Also, ich habe jetzt momentan... Also, bist du da 140 oder so bei 300? Ich habe jetzt momentan aus irgendwelchen mysteriösen Gründen, ich weiß jetzt selber nicht warum, 35 MBit Upload. Och, okay. Ich habe es nicht bestellt, ich habe es einfach momentan. Sag mir nicht warum. Gar nichts, gar nicht einfach lassen, einfach akzeptieren. Da würde ich in der Suppe gar nicht rumrühren. Also, ein normales 15 Minuten Video in 8 Minuten oben. Wow. Ja, ist bei mir auch so. Was haben die, dreieinhalb Gigabyte, vier Gigabyte vielleicht? Ja, also, vielleicht die Größe. Brauchst du 25, 28 Mbit? So, circa. Ja. Das ist schon... Achso, sie brauchen länger zum Verarbeiten, das wie ich zum Hochladen. Ja, ist bei mir auch so. Das Verarbeiten könntest du mit einem gewissen Dateiformat aber auch noch schleppen. M2TS, ja. Der M2TS Dateiformat nimmst, dann ist unglaublich die Verarbeitungsgeschwindigkeit für YouTube. Also, das... Die zwei verstehen sich. Der Atari und YouTube. Die sind so. Die sind so. Ganz dicke. Ganz dicke sind die. Ganz, ganz dicke. Ja. Das ist AVC, 264er Codec, ne? Standort, aber halt nicht als MP4, sondern als M2TS. M2TS, genau. Und da... Also, meine Videos... Tino hatte dann ja auch das Renderprogramm, was ich hatte, weil das funktioniert dort. Das hat die Unterstützung. Wirst du PowerDirector sein, ne? Nee. Ach doch, ja, stimmt, 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 stimmt. Das ist aber den PowerDirector. Das hat dann auch die Videos... Ich finde das klasse, das Renderprogramm, muss ich echt sagen. Wie heißt das? PowerDirector. Also, es sei denn PowerDirector. Vor... Was habe ich bezahlt? 80 Euro? Äh... Du hast, glaube ich, die Ultimate, ja, 80. Für die Ultimate 80 Euro bezahlt. Habe ich mir ganz normal offiziell gekauft. Also, ist sein Geld absolut wert. Kann ich empfehlen, wer so ein bisschen Video-Editing macht, oder machen will. Jetzt nicht zu ausgefallen und zu umfangreich. Äh... Ist super. Super Programm. Ganz easy zu handeln. Ich habe vorher mit Magix gearbeitet und Magix, ähm... Da kommst du halt sehr schnell an deine Grenzen, ne? Glaub ich. Hm... Ich weiß nicht. Ich glaube, Magix ist eigentlich... Also, ich hatte als erstes damals PowerDirector, dann hatte ich Sony Vegas und dann hatte ich... Ähm... Sony Vegas ist eigentlich relativ umfangreich, ne? Ja, aber ich finde das total... Weiß nicht, ich arbeite damit nicht gerne. Am einfachsten fand ich wirklich PowerDirector. Ja. Und da ran dann direkt Magix. Und Magix kann von den Encodern her ziemlich viel. Aber Magix hat einen Nachteil, einen gigantischen Nachteil. Du kannst die Video-Qualität nicht einstellen. Deine Render-Qualität. Aber du kannst benutzerdefinierte Profile machen. Nein. Hm? Doch, das muss gehen. Also, ich hab... Ey, ohne Mist. Ich hab... Ich hab ein oder zwei Jahre Magix benutzt. Du kannst... Keine Qualität einstellen. Also, du kannst zwei verschiedene Qualitäten auswählen. Für MP4-Dateien. Das war's. Du kannst die Benutzer definiert machen. Du kannst auch mit hier... Glaub auch, dass es geht. Das muss gehen bei Magix. Mit mehreren Encodierdurchgängen und so. Dann geht's bei den Neueren. Also, ich hatte Magix 15, glaube ich. Also, ich finde Magix auch scheiße. Aber das müsste es eigentlich können. Also, meins konnte es nicht. Also, wirklich nicht. Ich hab da... Ich hab nur deswegen das Render-Programm geändert. Weil ich hab mich an Magix gewöhnt und hab ja... Ähm... Quasi, äh... Alles damit gemacht. Und hab nur... Wegen diesem Kriterium hab ich... Bin ich zu PowerDirector gegangen. Ich wär nie... Ich hab vor allen Dingen damals den Vorteil gehabt, dass das die beste Hardware-Unterstützung hat von den GPU-Renderingen. Oh ja, das stimmt. Weil das geht unglaublich schnell. Weil das geht unglaublich schnell. Und wenn der Renderring halt wieder... Betuett-mäßig ineffizient ist, ist es halt wieder... Es geht nix über Adobe Prime. MGOE... Ey, wenn ich das schon höre, ne? Es geht nix über Adobe Prime. Ey, da könnt ich ausflippen, Alter. Was ist denn Adobe Prime? Adobe Prime Pro? Was auf dem Render-Programm und wie du arbeitest? Ich meine CS6 oder CS7. Ja, CS6. Ja, aber... Weißt du? Da. Das Programm muss 3.000 Euro. Du meinst Premiere. Premiere meint er, ja. Ja. Okay. Aber das ist dann ein Programm, was 3.000 Euro kostet, ne? 3.000 Euro. Wobei... Der Vorteil von Adobe und... Außer für Studenten. Du kannst das halt, du kannst mit einem Frameserver über MGOE encoden. Also du kannst auf der Adobe Seite dir das Abo da abschließen. Ich weine, das kostet im Monat. Lass mich nicht lügen. Ich glaub... 35 Euro oder was? Oder 20 Euro bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber nur für Schüler und Studenten, ne? Ja gut. Aber du hast dann alles drin. Du hast... Ja genau. Du hast Adobe... Ja, aber gut, das sind... Du hast... Aber das sind über 400 Euro im Jahr. Ja, aber das lohnt sich. Das lohnt sich. Hast Photoshop, hast alles. Äh, naja, aber Ansgar, das lohnt sich, wenn du es auch wirklich benutzt. Ja gut. Also ich seh bei Freezy, die ist nicht das Video editing, wozu man Adobe Prime auch Premiere bräuchte. Wir sind erst mal fertig. Oder? Ich weiß es nicht. Liebe Leute, wenn's euch gefallen hat... Um deinen Dubstab... Ich schneid euch raus, ich sag's euch. Vor's Video zu schneiden, brauchst du keine Premiere. Aber für deine Videos da oder was? Ich mach ja wohl teilweise sehr hochwertige Videos, mein Freund. Ich freu mich jetzt hier gegenseitig. Ich bin fertig. Bisschen fertig. Liebe Leute, wenn's dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und morgen wieder vorbeischauen. Äh, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.